Warum werkeln wir? Das ist ein Ausgleich. Das, was wir machen, machen wir nebenbei. Und wenn man viel am Schreibtisch sitzt, dann will man was mit den Händen machen. Deswegen werkeln wir. Abends, am Wochenende. Das ist ein Hobby, Freizeitgestaltung. Wir sind die Großbastlers. Ich bin Nils. Und ich bin Nico. Der Easy Kiesi. Das ist halt ein Wohnwagen, in dem DJs spielen, der halt Musik macht und der unterwegs ist durch ganz Deutschland. Ein Ort der Liebe, sag es doch. Ein Ort der Liebe und der modernen Tanzmusik. Die Planung, ja, das ist erstmal gezeichnet. Richtig. Wir haben ja eigentlich einen voll ausgebauten Wohnwagen bekommen und mussten erstmal Küche und Bad rausreißen, damit wir Platz hatten für DJ-Pult und Ablagefläche. Und dann haben wir von außen alles neu gestaltet, umlackiert, das Schild gebaut. Bauen lassen. Bauen lassen. Das Loch reingesägt für die Klappe. Das war auf jeden Fall das Highlight. Man muss sich vorstellen, ein Wohnwagen, der drei Jahre alt ist und dann schön, dass man wieder Stichsäge rein. Macht man auch nicht jeden Tag, aber macht Spaß. Jetzt ergänzen wir einen Roboter auf dem Dach, inklusive leistungsstarker Seifenblasenmaschine, damit die Leute auf dem Dancefloor dann auch ordentlich Bubbles im Kopf haben. Sagt man so irgendwie, ne? Sagt man so, ja. Ja, wir haben ja auch ein neues Projekt, das Klorollenkatapult. Es ist eine Klorollenschleuder. Der heiße Stuhl auch, genau. Der heiße Stuhl, ja. Sechster Magazin. Nachfüllbar. Flammen. Mad Max unterbau, geschweißt. Im Prinzip geht es darum, dass man Klopapierrollen möglichst weit verteilt. Man stelle sich vor, man ist auf einem Festival, steht auf der Bühne und schießt halt von einem Toilettensitz Klorollen in die Menge und die drehen natürlich durch, weil die alle natürlich Toilettenpapier haben wollen. Die Projekte werden wahrscheinlich immer größer. Ich kann mir schon vorstellen, dass das ein oder andere besondere Highlight da irgendwie noch kommen wird. In zehn Jahren kann ich mir vorstellen, dass wir hier so sitzen und so ein bisschen grauer sind und immer noch Spaß an der Sache haben und ich hoffe, dass sich nicht so viel ändert. Bis zum nächsten Mal.